Die End. Level 3. Schauen wir mal. Okay, hier habe ich ein paar so Teile, wo ich daneben hinspringen kann. Sehr geil. Ich habe schon wieder Segen gesehen. Okay, das geht oben raus. Aber im Eck bin ich safe. Okay. Nächster Schlüssel. Boah, war das knapp. Geht oben raus, im Eck wieder safe. Hier safe. Nein! Jetzt reicht es aber hier. Kacke, Mist. Mist, Kacke. Oh, da, ich war drauf. Okay. Das war extrem dumm. Das ist ja noch fast gemütlich, die Säge hier. Wie kann man so dumm sein? Da hat es doch mal irgendwie so einen lustigen Comedy-Film gegeben. A Million Ways to Die in the West Fand den Film super. Ah, welchen Titel könnte man den Spielen dann geben? In Anliegen nun. A Million Ways to Make a Meat Boy Bleed oder so ähnlich. Aber hört sich vielleicht komisch an. Solcher Blödsinn geht mir nebenbei durch den Kopf, wenn ich spiele. Gut. Okay. Jetzt nicht wird er komplett dumm anstellen. Hierbleiben. 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 Okay. Wenn der... Wenn der quasi auf drei Viertel ist. Genau so nicht. Ja, wurscht. Ich mag das nicht, wenn Sie da zwei so Kreissägen, keine Kettensägen, Kreissägen, wenn Sie die da so drehen. Ja, warum? Warum war das knapp? Ja, das war nicht knapp, das war so kalkuliert. Natürlich. Alles kalkuliert. Genau wie das jetzt hier daneben springen. Okay. Ich muss dann hier runter. Im Eck tut mir die Große nix. Okay. Hey! War ja gar nicht so scheiße, oder? Doch. So kannst du damit auf Wie. 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 Wie.